Hallo allerseits, heute sehen wir uns One of the Last an, ein Zombiespiel. Mal sehen, Getting Around, Hold to Select, Destination, Release to Teleport. Wo kommt der Kopf hier? Ah, meine Stamina. Okay, use those hands, either side button will pick up or drop an item. Oh, 1500$. Schön. Be careful not to drop your item. Kann ich jetzt schon? Ah, jetzt kann ich jetzt auch schon, okay. Be careful not to drop your item when struggling with the undead. Remember you can distract the undead by throwing items. Also werfen, kann ich sie... Ach, ihr stört da hinten. Kann ich sie ablenken mit dem Grip, mit den Grip-Tasten. Using your items. Some items can be used. Press the trigger, diesen. To use. Guns can be fired. Glow sticks can be cracked. Flares can be ignited. Okay, also das ist benutzen. Teleport and open use items. Press and... Press and hold for teleport. Red can't go here. Blue. Ah, blue is max distance. Okay. Green. Good to teleport. Red. Nix da. Grab the stamina perk to increase your distance and stamina recharge time. Buy items. Jawohl. Select the item with the teleport beam and hold down the trigger. Not enough money. Go kill some zombies. Das werden wir jetzt gleich machen. So. Ja, dann... Singleplayer Map. Gibt's hier nur diese. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ehm, introduction please listen. Stand still. Please do not move around. Cannot touch anything until after this short introduction. Please listen carefully. Mechanics. If you know what you're doing and wish to skip this introduction, press and hold down both the triggers for three seconds. One of the last combined exciting gameplay with ever increasing constant zombies, the ability to build barriers, solve puzzles, grab perks and much more. At present early access does not include our new storyline, but this will appear shorter. To get started, please notice the glowing symbol that has just appeared on the top of the stairs. Please press the touchpad to teleport to the centre of that side. A red teleport beam means you cannot teleport there. In front of you are two weapons. Using the grip buttons on the side of the controller pick up each weapon in a different hand. Yeah, I forgot to tell you. It's in early access. Ah, very nice. One one. In front of you will notice your pocket. The circular area allows you to store and swap weapons with ease. Use the grip controller to draw one of the weapons into the pocket. Into the pocket Okay, dann... Oh, wie gut. Oh. Wow. Okay, also die Lichteffekte sind sehr, sehr cool. Okay, Generator habe ich eingeschaltet. Hier ist schon ein Zombie-Line. Oh, ein paar. Kann ich hier rein? Nein. Was haben wir hier? Kann ich das nehmen? Unwohl. Das kostet 1000. 1000 dafür, dass ich mich von Zombies abschlachten lassen soll. Okay. Wow, das ging ja... Was ist das am Boden? 3000... Ich denke mal, das ist ein Upgrade. Okay. 0 von 10 Soles. Was? 10 Soles... Oh, da kommen welche. Ah, cool. Je länger ich gedrückt halte, umso größer wird der Kreis. Meine Distanz. Oh. Dead Blindness. Round 2. Ich komme hier noch immer nicht drauf. Wie sieht es hier aus? Ah. Weg damit. Weg. 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 Hopp. Jawohl. Und da kommen schon wieder welche... Ah, hier kann ich gar nicht... Hm, das hätte mir helfen sollen. Kann ich die wieder hinbauen? Haha, nein. Okay. Ja. Schwert. Hier kommt eh keiner. Oh. Da habe ich noch Zeit. Oh. Oh. Ich weiß nämlich nicht. Ah, das ist ja mein Geld, nicht die Kosten. Komm her. So, und hier machen wir... Oh, was ist das? Ah, Munition nehme ich an. Ah, und hier gehen die Seelen hin. Fünf von zehn. Okay. Ja, schön langsam macht das alles Sinn. Runde drei. 100. Oh. Sehr schön. Das ist momentan noch recht gemächlich. Aber ich fürchte, das wird sich ändern. Auch bis du da rauskommst. Ich habe 1.780, also auch noch weit entfernt von 3.000. Und, wie sieht es sonst hier so aus? Oh. Überraschen tut mich nichts momentan. Oh, schöner Sternenhimmel. Oh. Du hast ein Bücher. Oh, ich bin jetzt da weg. Du hast ein Bücher gebaut. Ouah. Ach, das musste sein, ach, das sollte dann seelenmäßig genügen, 7 von 10, round 4, 10 von 10, jawohl, ist das jetzt gut oder schlecht? Was haben wir hier, Flares, da kann ich nicht rein, was? Ah, mein Schwert, hier ist es dunkel, da sehe ich gar nichts. Hm, irgendwie ein bisschen Licht wäre schon ganz nett, aber vielleicht kommt das ja noch. Das Bewegen ist schon sehr langsam, weil ich wahrscheinlich sehr wenig Stamina habe. Aber jetzt kommen schon gar nicht so wenige. So, kommt her, muss ich mal ein bisschen nach hinten schauen, ich will mal wissen, was das da, dieser Totenkopf hier ist. Und ja, so, weglegen. Instant kill. Ja, das ist schön, wenn ich das gewusst hätte. Round 5. Was ist jetzt? Warum blinkt der? Ach so, wegen instant kill. Ja, aber es kommt ja keiner. Treffen sollte ich. Ach, und schon vorbei ist instant kill. Oh, ich habe 5700, dann werden wir ein bisschen Stamina kaufen. Wie nehme ich das? Das liegt am Boden. Ah, ok. Es ist so weit, es wird ein bisschen hektisch. Wupp. Nuke. Oh. Ja. Nuke ist schön. Einmal hier. Jawohl. Ich habe ja noch immer 4900. Ähm. Da hinten waren doch Flares zu kaufen. Flares. Heißt, dort wird es kurzzeitig hell. In meinem Verständnis nach. Ihr lasst euch noch etwas Zeit dort hinten, bitte. Ja. 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 Ich will Flares kaufen. Uh. Oh. Oh, das ist mal hell. Die Lichteffekte sind sehr, sehr cool. Huck. Okay. Das heißt, jetzt kann ich da hinten auch ein bisschen erkunden. Ah, da hinten ist ein Generator. Zumindest deute ich das Leuchten als Generator. Hoffentlich ist da sonst nichts. Vielleicht hätte ich ein Flair mitnehmen sollen. Habe ich. Okay. Ja. Zweimal Geld. Ja. Ja. Damit. Ich will das zweimal Geld haben. Hurra. So. Ja. Was ist jetzt? Double Coins. Okay. Hier unten geht es noch nicht weiter. Wie eigentlich bei so ziemlich jedem Vive Spiel ist das Schießen total super. Super. Ja. Ah. Es wird genuket. Nuket. Boom. Und? Jawohl. Das heißt. Round. Sieben. Jetzt könnte ich mich mal kurz beschäftigen mit dem hier. Ah. Okay. Kann ich nochmal Stamina kaufen? Bringt mir das für immer was? Das wäre jetzt interessant. Weil 3000 ist kein Problem mittlerweile. Jawohl. So. Jetzt sehen wir mal. da. Tut sich nicht viel. Okay. Uh. Ich stehe ungünstig. Okay. Besser. Hm. Ich habe nicht mehr zu viel Munition. Ah. Das ist nur ein Buff. Nachdem ich ihn jetzt momentan habe, kann ich keine zweite Dose trinken. Wupp. Hier haben wir wieder zweimal Geld. Double points. Oh. Ich war so gescheit und habe mein Schwert fallen lassen. Oh. Ich wollte gerade sagen. Keine große Herausforderung. Oh. 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 Okay. Und das Spiel ist mir gerade abgestürzt. Ist aber halb so schlimm. Wie gesagt. Ist ja noch Early Access. Es ist auch ein Multiplayer rausgekommen vor kurzem. Ja. Ich würde sehen. Äh. Ich würde sagen. Schauen wir mal, ob wir eine Partie finden. Es ist kein Spiel on. Europa. Jawohl. Nix, nix. Post new game. You can sit back and wait for others to arrive while the room owner can start the game at any time. Okay. Ich kann hier jetzt warten. Wahrscheinlich bis ich schwarz werde. Nachdem das Spiel noch im Early Access ist, werden auch nicht so viele Leute das jetzt im Moment spielen. Und um diese Uhrzeit. Äh. Okay. Meine Uhr 7 jetzt nicht. Um diese Uhrzeit erst recht nicht. Äh. Darum würde ich sagen. Für heute lasse ich es mal. Äh. Dankeschön fürs Zusehen. Fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.